Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eine weitere Frage ist, wenn jetzt jemand zum Islam konvertiert oder zum Islam zurückkehrt und selber nicht mehr Jungfrau ist, muss man dann eine Nicht-Jungfrau, sei es männlich oder weiblich, oder Jungmann heiraten? Ist das so? Also darf man die dann nicht mehr heiraten, weil man selber ja keine Jungfrau mehr ist? Nein, dazu gibt es keine Regel, dass man sagt, okay, wenn du jetzt selber keine Jungfrau mehr bist, besonders, weil du eine Jahiliyyah hattest, dass du jetzt keine Jungfrau mehr heiraten darfst. Aber wisse, dass die andere Person, die noch Jungfrau ist, das Recht dazu hat, einen Partner zu haben, der auch oder die auch Jungfrau ist. Das muss man natürlich beachten. Aber selber kannst du natürlich nach Jungfrau oder Nicht-Jungfrau einen Ehepartner aussuchen. Ob die andere Person das so akzeptiert, ist eine andere Sache. Naam. Barakallah fikum.